Einen wunderschönen guten Abend zusammen an unserem Pelzer Stammtisch, heute mit der Urschel. Servus. Die Jessnan ist heute verhindert, die hat Holiday. Ja, wir haben euch heute Thema mitgebracht und zwar das Thema Holiday Park. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, in Hassloch Holiday Park, weil jetzt sind natürlich wieder die Gruselnächte oder wie hieß denn das, Holiday Park? Halloween Park, ja. Fright Nights oder irgendwas. Ja, sowas in der Richtung, ja. So sind wir nämlich drauf kommen und der Holiday Park ist auf jeden Fall ein Park, der bei uns um die Ecke ist, 30 Kilometer vielleicht, oder? Ja, so plus minus. Ja, also wir kennen ihn schon als Kind, deswegen haben wir gedacht, reden wir doch mal über unsere Erinnerungen vom Holiday Park und ob man der Meinung ist, ob es sich heute lohnt, hier zu gehen oder nicht. Oder wie es sich verändert hat. Jessi, wenn du an den Holiday Park denkst, was für Erinnerungen hast du oder was für Emotionen hast du dabei? Also in den Holiday Park, ja, war mir recht, also weiß ich, recht oft, aber gefühlt als Kind war ich, also ich glaube eher zweimal, glaube ich, war ich als Kind, einmal mit dir sogar. Ja, es war immer lustig, also der Park kam mir früher immer ganz groß vor, aber je älter man wurde, kam es irgendwie voll kleiner irgendwie. Und dann kann ich mich erinnern, damit wir mal mit unseren alten Schulkameradinnen, Kameraden, beim Holiday Park waren, das war auch sehr lustig. Und ansonsten, weiß ich gar nicht, ich glaube, das war, ich überlege echt jetzt gerade, wann ich letztes Mal im Holiday Park war. Ich weiß es schon nicht mehr, ich glaube, letztes Mal wirklich mit euch. Also ich war es letztes Mal letztes Jahr mit den Köis. Ich weiß es echt nicht mehr. Ja, aber davor, glaube ich, war mal 2018. 18, ne? Ja. Ne, ah, ne, ich war doch nicht mit. Ach so. Ich war nicht mit. Ah, du warst doch, wo man mit der Aki war, oder mit dem Benni, oder was? Ja, ich war nicht mit, weil ich erkältet war. Ach, das ist ja schon... Das ist verdammt lang. Das ist richtig lang her, das ist ja 20 Jahre her oder so. Ja, ich glaube, du warst letztes Mal im Holiday Park. Ja, also dann kann ich dich ein bisschen aufklären. Ja, erklär mich mal auf. Ich weiß nur, dass es ein Biene-Meyer-Land gibt. Ja. Ja, ich meine, oder ich... Ne, das kann nicht sein. Ich war bestimmt schon nochmal dort und ich kann mich nicht erinnern. Das gibt's doch gar nicht. Also. Ja, klär mich mal auf. Das ist die erste Empfehlung, die ich schon mal geben kann, weil mittlerweile kostet der Holiday Park, glaube ich, 49,95 Euro für Erwachsenen. Ja, das finde ich schon richtig heftig für den Holiday Park, muss ich sagen. Aber es gibt immer zum Muttertag, gibt es immer so Muttertag-Aktionen, da ist dann irgendwie die Mutter kostenlos. Oder es gibt auch immer so Aktionen, ach so im Summa-Muttertag rum, man muss mal ein bisschen aufpassen, manchmal am Globus-Heftchen oder so. Oder ohne Coupons. Da kriegt man quasi zwei Eintritte zum Preis von einem oder auf jeden Fall Rabatt. Also ich würde auf jeden Fall auf so eine Rabatt-Aktion warten und würde dann das Ticket holen, weil, wie gesagt, schon ziemlich teuer. Ich glaube zu meinen, dass man heutzutage auch so VIP-Tickets sich holen kann, wo man dann nicht auch stehen muss und kann durchschlafen, aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Bei uns hier im Umkreis haben natürlich viele Kinder so eine Dauercard. Also das lohnt sich auch. Also wenn man so die Mütter hört, die sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, was dieses Jahresticket kostet, aber ich glaube, wenn man drei, vier Mal geht, hat man das schon raus. Also es lohnt sich für die Leute, die im Umkreis sind. Letztens habe ich gerade mit Enre gesprochen, die hat gesagt, ihr Sohn geht immer mit seinem Kumpel dann nach der Schule, gehen die öfter mal, weil die halt auch dieses Ticket haben. Ja, also zu früher, also Parke kostet auch, ich bin mir nicht mehr sicher, fünf oder zehn Euro, aber es sind ausreichend Parkplätze dort. War das früher nicht umsonst? Boah, das weiß ich nicht mehr. Also ich muss sagen, die Emotionen, die ich habe, wenn ich an den Holiday Park denke, ist, das erste Mal, wo ich bewusst daran denke, ist, da war ich mit der Ilse und mit meiner Mutter. Und ich erinnere mich an die Lillipotaner-Welt. Also damals haben wir die Lillipotaner dort wirklich gewohnt. Stimmt, ja. Wenn man drüber nur denkt, wie krass, du konntest in ihr Haus reingucken und die beobachten, wie die gegessen haben und sonst was gemacht haben. Also es ist heute unvorstellbar, dass man sowas gemacht hat, aber es war so. Dann erinnere ich mich, dass es eine Delfinshow gab, dort wo jetzt dieses Wasserskispringe ist. Dann erinnere ich mich drauf, dass es ein 3D-Kino gab. Und zwar war das wie so eine Kuppe, wie so ein rundes Zelt. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich bewusst 3D erlebt habe, da hast du einfach auf dem Bode gehockt oder die Erwachsenen haben gestanden. Und da bist du wie so in der Achterbahn gefahren und so. Also ich fand das richtig cool. Das weißt du doch, da war ich mit der Agimo gewesen, wo wir da drin waren. Und dann erinnere ich mich an den Märchenpark. Und zwar war das wie so ein Weg und da waren wie so Schaukäste. Und dann waren das so der gestiefelte Kater, Aschenputtel, also ich habe so einen Knopf gedrückt und dann haben die das Märchen so erzählt. Das sind so die Sachen, wo ich dran denke. Und natürlich das Schloss Falkenstein, das gibt es ja auch nicht mehr. Da haben sie vor kurzem die Figur verkauft im Internet. Und zwar war das die Burg Falkenstein, also es war keine Achterbahn, sondern eher eine Mittelalterbahn. Und ich erinnere mich halt an die Fra, da stand so nackt, also so Fra mit so einem Handtuch und dann hat die gemacht, uh. Ach ja, stimmt. Und dann hat sie so nacktische Brüche gehabt. Ja, ja. Genau, also das war so der Klassiker. Aber die Bahn haben sie am Ende jetzt halt leider Gottes arg aufgelöst. Das ist so an das, was ich so klassisch denke, wenn ich so zurückdenke an den Holidaypark. Ich glaube, ach, wir waren sehr oft als Kinder dort. Also ich glaube, ich will jetzt nicht sagen Emomio, weil ich war mit meinem Vater Emomio am Freizeitpark. Aber wir waren immer wo anders, Mo Europapark, Fantasialand, also Holidaypark, immer wo anders. Aber trotzdem denke ich, dass ich Emomio im Jor bestimmt dort war, entweder mit euch oder mit der Aki oder keine Ahnung wie. So die Attraktion, wo ich mich als Kind erinnere, wo der Hit war, war die Freefall Tower. Ich glaube, es war der erste Freizeitpark, wo es generell die Freefall Tower gab in Deutschland. Und auch überhaupt das erste Mo. Also später gab es es hier dann auch so auf dem Wostmarkt, so auf Jahrmärkte. Aber im Holidaypark stand der erste Freefall Tower. Und ohne Freefall Tower erinnere ich mich, dass diese G-Force da eröffnet Woche ist. Ja, da war ich, die erinnere ich mich noch an die G-Force. Also die gibt es nicht ganz so lang. Aber wenn ich jetzt so klassisch an den Holidaypark denke, dann denke ich an diese kleine Achterbahn. Ich weiß gar nicht, wie die hieß, Turbowind oder so. Die klar am Anfang, oder? Kann das sein, so gelbi. Gelbi, wo so ein Looping hat. Ja, genau, ja. Also das ist so die, wo ich mich daran erinnere, dann an die Donnerfässer. Ja, genau. Also diese Reife, Donnerfluss hieß das früher. Donnerfluss, ja. Also diese Reife. Die Teufelsfässer zum Beispiel kamen Joach später. Teufelsfässer ist jo jetzt die Wasserbahn. Ich glaube, die kamen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die kamen noch vor dem Freefall Tower. Aber die gab es ach nicht schon immer. Also das war joach so eine Attraktion, wo bei uns als Kind dann irgendwann dazu kamen die Teufelsfässer. Dann erinnere ich mich an diese, da gab es so Schifffahrt, da hast du schon wie auf so Schiff gehockt. Und dann bist du so auf so einem See entlang und dann waren da so Tiere und Papageie. Dann war das ja wie so ein Floß gemacht. Ja, genau, wie so ein Floß. Ja, da erinnere ich mich dran. So von ganz früher halt, ne. Aber das ist jetzt heute eigentlich gar nicht mehr zu vergleichen. Also du kommst rein, dann ist so wie so ein riesen Platz gemacht. Also an den erinnere ich mich früher auch nicht. Ich weiß, wenn man reinkommen ist, war die eher Showbühne und du bist dann als dieser Papagei der Grüne. Ah, ja, ja. Wie der hieß, der ist so als aufgetreten. Heutzutage laufen dort die Vicky rum und die Biene Maya. Und da kannst du mir deine Bilder machen und du hast so einen riesen Platz mit so, das ist wie so Karomuscht auf dem Boot und dann ist es wie so Wasserspiel. Und dann ist so wie so ein großer Indoor-Spielplatz und das ist der Heidi gewidmet. Also das ist so die Heidi-Welt für kleine Kinder, das ist Indoor halt mäßig. Und dann kannst du halt in diese Biene Maya-Welt laufen und das ist halt alles mit Biene Maya. Du kannst dann auf dem Flip reiten und also alle große Attraktionen in Clay. Da gibt es so Baby-Achterbahn und so, aber alles so Biene Maya-mäßig. Dann hast du halt immer noch die Freefall-Tower, die G-Force, die Teufelsfässer, der Donnerfluss, aber ich glaube, die Sache hieß nach Anastar. Aber was neu ist, ist, es gibt Wikiland, wie du gesagt hast, also das ist komplett neu. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für Attraktionen es ist, da gibt es auch so eine Art Achterbahn und ich glaube, so ein Schiff, wo dann so hier und her, das gab es ja auch schon immer, das Schiff, wo es hier und her macht. Aber das ist irgendwie neu gemacht und was komplett neu ist, ist und zwar, da gibt es einen Wasserspielplatz. Also ich war da nicht drin, aber das ist krass, also das ist wie so ein Laufhaus, wie man es vom Woschmarkt kennt, so dieses Spasshaus. Und du kannst so komplett durchschlafen, aber voll groß, voll hoch auch und das ist aber alles mit Wasser. Also du kennst die Kinder, wenn dann halt nass, die sind dann im Baderzug. Und dorthin, und zwar ist es dorthin, wo früher die Welle, also weißt du, die Schiffe waren, wo du so dieses Wellereite hast. Ja, 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 ja. Und da war das große Schiff, was so hier und her gemacht hat. Dort ist jetzt dieser Wasserpark. Okay. Und dort ist jetzt auch so Kettereitschule, die aber nur auf die Fahrt, wie auf dem Woschmarkt, wo sich so dreht, genau. Und diese Skispring-Show, die ist immer noch dort, ich weiß gar nicht mehr, ob die da Skispring immer noch machen, aber das ist dort auf jeden Fall. Das ist jetzt eine Wasserflugshow oder sowas? Ja, wie gesagt, das Wikiland ist auch relativ groß, ist auch so ein bisschen mit Wasserspielplatz gemacht. Was viel ist, kann man jetzt positiv oder negativ sehen, ist, dass viele solche Spielhölle gibt. Also ich mag ja sowas, ne. Also ich persönlich, du so krabscher, ne, kannst du dann Tiere krabschen und dann kannst du Basketball spielen und schießen. Also es ist eigentlich so ein bisschen wie in Malaysia, deswegen mag ich das. Und es gibt Außenstände, also es gibt außen so Wurfbude, wo du dann quasi so Dose umschmeißen musst. Ah, okay. Oder irgendwie so den Ball in so einen Ämmer reinwerfen und dann kannst du so riesige Tiere gewinnen. Also wirklich, das ist wie so aufgeblosene Bälle, wo du dann drauf hupsen kannst. Das ist so riesige Tiere und du kostest aber, ich glaub, für 15 Euro hast du fünf Würfe oder so. Boah. Ja, oder für 10 Euro, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich sag mal so, für mich als Erwachsener mag ich diese Spielhölle, weil ich kenn das in Deutschland nicht, dass es sowas gibt, wo du reingehen kannst und kannst krabschen, dies und das. Ja, aber ich bin auch ein erwachsener Mensch, hab mein eigenes Geld und kann mir selber budgetieren, wie viel ich studiert habe, ob es gäbe will. Mit Kinder finde ich es ehrlich gesagt blöd und schwierig, weil es gibt es wirklich tatsächlich an jeder Eck. Also es ist nicht nur Ends, du gibst, ich weiß nicht, zig, fünf oder so, so Spielhölle. Und ich finde es halt schwierig, weil du bezahlst halt schon den Eitritt. Und dann ist es sowieso so, dass die dann auch sehen, ah, Eis und noch ein Slash und noch Ries und noch das, ja. Und dann auch noch diese Spielhölle dazu, das heißt, mit dem Eitritt kommst du gar nicht, also du musst dann noch, also du bist fast wie auf dem Wurstmarkt, weißt du, klar, die Fahrsachen sind umsonst, aber weißt du, ja, will jedes Kind immer noch spielen, musst du noch rechnen und essen und trinken. Natürlich sind auch Preise, wie halt in einem Freizeitpark ist. Das finde ich halt ein bisschen, weißt du nicht, nicht so gut, dass es so viele dote von gibt halt. Also für mich als Erwachsener, wie gesagt, finde ich es gut, aber wenn du mit Kinder gehst, finde ich es ein bisschen doof. Dann kannst du diesen Slash, also kannst du dir so einen Becher holen, wo du halt diesen Slash abfüllst und dann kannst du dir Flatrate holen, wo du den Slash immer wieder kostenlos auffüllen kannst. Aber das kostet halt, ah, 20 Euro oder mehr, ich weiß es nicht. Aber wie trinkst du von dir in der Slash, wenn du so einen riesen Becher hast? Äh, na. Ja, gut, die Kinder haben doch ständig getrunken. Oh Gott. Aber ist halt auch wieder kostetechnisch, ne, und was es auch gibt, ist, es gibt einen Dunkin' Donuts da drin. Was? Ja, du gibst, äh, also das ist doof, wo die Burg Falkenstein ist. Ja. Früher war, dort ist quasi ein kleiner Dunkin' Donut, da kannst du halt Donuts essen und dir Kaffee holen und so. Und dort gibt es auch so Waffelbude und Crepebude, also es gibt schon verschiedenes an Essen. Dann gab es so einen Burger, gab es acht, ich glaube, wir haben bei dem Burger damals gegessen, oder Chicken Nuggets gegessen, ich weiß es gar nicht mehr. Also, ähm, zu essen und zu trinken gibt es schon arg viel, muss man sagen. Ich merke es gerade, wow. Ja, gut, ich sage mal so, wir haben früher Brot mitgenommen. Ja, ja. Wir haben dort nichts gegessen. Also, meine Mutter hat immer diese Sandwich-Ecke gemacht und das haben wir gegessen. Ich meine, das höchste der Gefühle war vielleicht nur Eis oder nur Portion Pommes. Genau. Mehr gab es bei uns nicht. Bei uns nicht an der Steuer. Also, da gab es nicht noch so ein Lutschern, so ein Slash und so ein Dess. Also, das gab es bei uns nicht. Aber es ist halt schwierig, wenn die Kinder das alles so sehen, ne? Ah ja, klar. Willst du auch nicht laufen, ne? Sag ich. Ja, schwierig. Ja, also, ich sage mal so, wenn jemand noch nie dort war, lohnt es sich auf jeden Fall, dort hier zu gehen. Also, auch von Weida zu kommen. Es gibt schon gute Attraktionen, auch für Erwachsene, für Kinder. Halt schär gemacht, ne? Wikiland, Maya-Land, dieser Wasserspielplatz ist richtig schär gemacht. Ich sage mal für Erwachsene, wie gesagt, die Freefall Tower, die G-Force. Dann halt die Klärachterbahn gibt es noch. Dann gibt es dieses Kettelkarussell, wo bis hoch geht. Also, gibt es schon auch einiges. Der Donnerfluss, Teufelsfässer, ne? Also, es gibt schon auch einiges. Es ist kein riesen, riesen Park, aber es ist okay. Einfach schnell mal hinzufahren, langt es doch. Ja, ich sage mal so, für uns, also, würde ich empfehle, wenn man hier in der Nähe ist und als Erwachsener hingeht, am besten geht man, wenn man Urlaub hat und Kehrferien sind, unter der Woche. Ja. Würde ich empfehle. Also, bei dir jetzt auf dem Montag zum Beispiel. Wo nicht so viel los ist, einfach, weil sonst musst du ewig anstehen. Weil mir sind tatsächlich gar nichts Gefahren, weil man halt ewig mit so anstehen müsste. Was ich sehr finde, ist, dass man den Hund mitnehmen kann. Ah, super. Das finde ich gut. Ja, wie gesagt, also, man muss halt, müsste so nicht ewig anstehen. Also, das würde ich so empfehlen. Oder man holt sich halt wirklich diesen VIP-Pass, wenn man dann eh schon Geld ausgibt, ne? Naja, da kann man überall sich, ähm... Aber wenn man die 50... Also, wie gesagt, ich würde die 50 Euro nicht bezahlen. Ich würde warten, bis es so einen Gutscheid gibt und das dann mache. Wenn man natürlich schon weiterkommt, dann lohnt es sich auch, so einen Gutscheid zu nehmen, um Gottes Wille, ja? Also, ohne Gutscheid zu kommen, ne? Also, das lohnt sich dann auch, aber... Ja, also, man kann es schon empfehlen, aber es hat sich zu früher schon krass verändert. Ja, ich merke es gerade. Die ganze Bude, so, Indoor. Ja, man muss sagen, es hat sich schon krass verändert, aber... Es ist schön, dass wir sowas in der Nähe haben, wo man dann mit Kindern halt auch immer hingehen kann, ne? Ja. Ich meine, klar, wir waren auch letztes Jahr da mit der Ella, also mit meinem Patekind. Ich meine, die waren auch ein bisschen zu Kledo dafür, aber es war trotzdem schön. Aber da davor waren wir auch letztes Jahr 2018. 2018. Also, es ist jetzt kein Park, wo ich sage, ich muss so jetzt jedes Jahr hin, ne? Aber es ist okay. Ich meine, gut, für die Kinder, also die Kroatien wohnt ja in Hasloch, die haben einen kostenlosen Eintritt für die Haslocher. Also, für die ist es natürlich mega, weil die Kinder, die können immer, wo ich schnell hingehe oder so, ne? Also, das nennt der Schä, ne? Und ich sage mal so, an Halloween hatte ich tatsächlich überlegt, also, aber auch da war der Eintritt extrem teuer. Und vor allem dort gibt es dann halt, das wäre was für dich, ich habe ja Schiss. Also, das ist nichts für mich, du gibst nämlich so richtige Häuser, wo du rein... Aber das musst du nochmal extra bezahlen, wenn du da rein willst, wo dann wirklich so Gruselmenschen sind und dich auch erschrecken und so Geschichten. Naja, auch, ich habe einmal ein Ohr geoffert, weil ich mich so erschrocken habe. Auf lauter Schreck habe ich dem... Ja. Wo war denn das? Ich weiß gar nicht, wo man da durchgelaufen ist, sind vor lauter Schrecken, habe ich dem Ende gewatscht. Ja, also, das muss schon auch vielleicht ganz cool sein, so an Halloween. Die haben dann halt auch schär dekoriert und so, aber mir war es jetzt tatsächlich zu teuer. Und wie gesagt, ich habe so Schiss, ne? Ich kann nicht in so ein Haus reingehen. Ich habe sowieso Schiss durch, gucke eh keine Horrorfilme und dann noch sowas. Naja, also, das konnte man nicht, oh du, sag ich da... Naja, bei meinen Arbeitskollegen, die, ich glaube, Verwandtschaft von der, glaube ich, die haben mir auf WhatsApp Bilder gezeigt. Das ist schon ganz schär cool, also, wie die verkleidet sind, Wahnsinn. Ja. Also, wirklich, richtig echt, ja. Das sieht richtig so, wie man es von Amerika drüber sieht, so ungefähr mal nach die gekleidet. Na, das ist cool. Genau, viele Leute, also Kunden von mir und so, die gehen... Ja, also, die Kroatien, also, die Freundinnen von der Kroatien haben gemeint, ja, da wäre echt sau viel los auch. Mhm. Also, ja, die haben halt gesagt, wenn du Ammo dort warst, dann reicht's auch, weil es ist halt jedes Jahr dann dasselbe als Hasslocher, jo. Ah jo, ja. Also, wie die haben gesagt, das Haus ist schon cool, aber wie gesagt, du musst halt extra bezahlen und musst dann halt auch anstehen. Ähm, ja. Also, ja, vielleicht könnte man mal hingehen, ja, klar, aber das Jahr jetzt nicht mehr. Naja. Weißt du, mein Traum oder mein Wunsch wäre, man muss so in so einem Freizeitpark zu übernachten, aber das kostet ganz schön viel. Ich glaube, dass man im Holidaypark keine Übernachtungsmöglichkeit hat. Dann war's Europapark. Europapark, ja, das gibt's, aber im Europapark weiß ich nicht, also so um der Europapark oder Disney World, also Walt Disney, Euro Disney, so. Da hast du halt die Hotels im Park, so. Dann war das dort. Irgendwo konnte man nämlich im Park, bestimmt, ja. Ja, ja. Da gibt's mehrere, da gibt's dann Schlosshotel und Campinghotel und das Hotel, also beim Euro Disney, aber du kostet dann all die Übernachtung, je nachdem, wann da halt geht. Aber im Europapark gibt's auch Übernachtungsmöglichkeiten, ich glaub ja, aber ob das im Park ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher halt. Weiß ja, wurscht. Ja. Länger zu bleiben, wenn alle weg sind und darfst noch fahren, das ist schon cool. Ach so, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das geht. Mensch, ich glaub, irgendwo geht es doch, glaub ich. Ich weiß es nicht. Verwechsel ich das mit irgendeinem Indoor-Schwimmbad-Spielplatz-Wasserrutsche-Ding. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht sagen. Heiße Furcht. Ja, aber ich sag mal so, für uns im Umkreis, find ich's ganz okay, wenn ich jetzt vergleiche, ich hab jetzt zufällig heute grad mal geguckt, kann ich noch erinnern, den Kurpfalzpark in Wachenheim. Ja, ach Gott, der war mal ständig. Ach, der kostet für Erwachsene 90 Euro. Was? Ja. Mittlerweile? Ja. In Wachen? Ja, 19 Euro Erwachsene. Alter Schwierig. Und ich glaub, Senioren 15 Euro. Kinder weiß ich jetzt gar nicht, aber auch so um den Dreh, glaub ich. Ja. Krass, gell? Aber ich weiß nämlich auch, dass ich du als Kind oft war, weil du waren immer die Wildschweine. Ja. Was ist denn das so? Buchtfliege. Ja, du waren Wildschweine. Das weiß ich noch, die haben wir nämlich als gefüttert. Ja. Und du gabst so Bobbahn, die sind mal als gefahren. Aber was es so jetzt gibt, keine Ahnung, aber also 19 Euro finde ich schon krass. Aber wenn man darf den Hund mitnehmen, das finde ich wieder positiv. Und es ist halt nicht weit, aber 19 Euro, schon heftig, ne? Ja, also deswegen, Holiday Park 50 Euro, Wachenheim 19 Euro. Wie gesagt, wenn du halt mit einer Ermäßigung in den Holiday Park gehst, das ist natürlich dann schon Gold wert, ne? Ah jo, klar. Ich glaub, wir haben dann damals pro Person 30 Euro bezahlt, das fand ich dann okay für den Freizeitpark. Ja, 30 Euro, ja. Ja, 30 Euro, ja. Wir fahren ja jetzt auch nicht ewig, ne? Das war okay. Das weg ist gerade ums LKU. Ja. Ich mein, wenn ich überlege, wir waren ja auch im Vogelpark in Worms. Was hat denn der Eintritt gekostet? Ich glaub, sieben Euro Erwachsene. Und der Hund, auch noch mal extra. Der Hund hat Eintritt gekostet? Ich glaub, 2 Euro oder 3 Euro, ich weiß gar nicht, ja. Ja, gut, aber wenn, ich mein, gut, wenn du Kinder hast, ne? Irgendwie willst du dich auch beschäftigen, aber 19 Euro, find ich schon heftig. Ja. Ne, wir waren letztens mit der Claire, wir waren mal im Wildpark gewesen, so in Rheingönheim. Da haben wir für, die Claire hat nix gekostet, da haben wir aber, ich glaub, für drei Erwachsene, glaub ich, plus Tierfutter, ich glaub, 17 Euro bezahlt. Für drei Erwachsene. Und plus Tierfutter. Ja, du kannst doch nix sagen. Ja, du kannst nix sagen, ne? Aber wir hatten auch Tierfutter. Ich glaub, 2 Euro hat's Tierfutter gekostet. Ja. Das auch. Ja, also. War, also der hat uns dann wie eine Familienkarte abgezogen, dann. Ja. Also ich sag, wenn du hier in der Umgebung was machen willst, ist schon okay. Ja. Der Holidaypark, Kurfalzpark, weißt du jetzt nicht, als Kind weißt du gern, aber jetzt als Erwachsener weißt du gar nicht mehr, also du weißt bestimmt 30 Jahre nicht. Aber Womserwelsche ist auch, kennt auch jeder, waren ja bestimmt auch, also Womserwelsche. Hm, das ist doch der Vogelpark im Welsche, oder nicht? Womserwelsche ist es der im Vogelpark? Da ist der Vogelpark. Okay. Bist du mir doch mal am Fahrradtour gefahren mit der Tour? Ja. Ja. Okay. Gut. Haben wir mal eine Fahrradtour gemacht. Ja. Ja, soviel zum Thema Holidaypark. Schön, dass ihr da wart. Und wir hören uns nächste Woche, eventuell wieder mit der Frau Jess Narina. Servus. Servus. Tschau. 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 Tschau.